Ich lerne Deutsch. Beispielsätze mit dem Wort utopisch Das Wort utopisch beschreibt Ideen, Vorstellungen oder Pläne, die idealistisch, unrealistisch und oft nicht umsetzbar sind. Das Wort utopisch beschreibt Ideen, Vorstellungen oder Pläne, die idealistisch, unrealistisch und oft nicht umsetzbar sind. Rolfs Plan, alle Probleme in einer Woche zu lösen, ist utopisch. Es ist unrealistisch zu glauben, dass alle Probleme innerhalb einer Woche gelöst werden können. Es ist utopisch zu glauben, dass wir in naher Zukunft auf dem Mars leben können. Es ist utopisch zu glauben, dass wir in naher Zukunft auf dem Mars leben können. Die Vorstellung, bald auf dem Mars zu siedeln, ist sehr weit hergeholt. Das Ziel, alle Krankheiten vollständig zu besiegen, ist utopisch. Die Idee, jede Krankheit endgültig zu eliminieren, ist kaum realisierbar. Das Ziel, alles sauber, Alkohang, die das Ziel, als Zagat zu finden, ist gut, wie es los, die die Krankheit endgültig zu haben. Das Ziel, alle Krankheiten, die 388-865-364-358-154-M4-364-3543.